Fertig und ab! Dritte Serie, 400 Meter, 30 Sekunden Pause und hinterher noch 200 Meter. Mal schauen, ob er das noch schafft. Die anderen zwei Seelen davor waren schon sehr hart. 13,6. 26,6. Stark. 40. Komm Niklas! Jetzt wird er steif. Auf geht's Junge! 53,8,8. Stark. Wie lange? Sag ihm die Zeit. Die Pause. Ja, noch 20. War schon stark Niklas! Jetzt ist einfach nur noch durchkommen. Wie lange noch? Noch fünf. Fertig und ab! Das war schon kein Antritt mehr. Ja, ist egal, aber es ist egal, ja? 15,03. Ja, egal. Komm Niklas! Ja, er kommt aber noch durch. Er kommt aber noch an. 30,8. Ja, okay. War stark. Ja, da bin ich dabei, ne? Bademeister. Wir gehen da bitte einfach im Deckerrand springen. Nur die Spitzen ein bisschen. Nur die Baden. Und hier noch? Das waren die Athleten. Gut, dass ich eine Hydrotherapie hatte. Ich könnte jetzt einen Knieguss machen und ein Knieguss und ein Schengel. Wir kaufen uns eine Massagebank und der Moritz massiert an den Leuten noch. Das war das erste Mal, dass ich eine 26er Zeitlauf hier auf 200 bin. Der Niklas Puschlein zu mir.